Cheerio, meine lieben Mitüberlebende. Willkommen zurück zu State of Decay 2. So, ich muss jetzt mich gerade wieder ein bisschen orientieren. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht. Einfach, was ich gerade bebrauchte. So, wir wollten hier uns umgucken, ne? Genau, hier haben wir schon alles. Dann einmal hier drüben. Kleine verlassene Hütte mit nichts. Toll. Okay, noch irgendwas hier in der Nähe. Das sieht sonst eher als so nach Landschaft aus, also nach Wald und... Da haben wir einen... Hier? Nein. Da oben. We're heading now. Good luck to you. I'll see you soon, promise. I hope they find a new place, okay? Okay. Jo, 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 jo. So. Dann, nee. Hier. Spezialisieren. Dann ist Nachladenfähigkeit auf Zieleinreisten freigeschaltet. Waffenbedingungen, löse, klemmende Schüsse. Ich nehme den Revolver-Held. Hat ja nichts mit dem Revolver zu tun, sondern einfach... Oh, hi. Moment. So. Geht natürlich schnell an der Hände. Da war was lautes. Okay, Chemikalien haben wir mal noch in den Taschen. Wirklich? So. Ich höre Käuschen, dann hier. Das ist mein letzte Magazin. Da oben kann ich noch hin. Wir sollten nur nicht zu weit vom Auto weg. Ich komme so langsam mehr als das Gefühl, dass wir irgendwie zu weit vom Auto gehen. Das ist mein Mann. Den Kampf haben wir jetzt auch schon. Gut, dann so. Ähm. So. Handgeben, Hälbergruppe, kleinen Waffen, verrägert die Ausdauer, Kosten für Kargraf, Stoßangriff freigestaltet. Erhöhte Todpunkt mit Klingenwaffen. Das nehmen wir mal. Ich kann es nicht tun. Hier ist so einiges noch, ne? Das ist gar nicht mal so eine dumme Aussage. Wenn die Welt schon einmal so an diesem Punkt gereicht ist, wo sie jetzt ist. Mit den ganzen Zombies, bla bla bla. Dann wird das wieder passieren. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren. Aber sicher wird es noch mal passieren. Uh. Da vorne ist eine Horde. Also da. Ach so schön, ist das eine Dings? Ist das jetzt eine rote Horde? Oder ist das eine... Normale. Da. Das war nur ein Übrigbleibsel von der Horde. Okay. So, hier gibt es noch eine Sache, die wir durchsuchen müssen. Du hast geblinkt, ne? Du hast geblinkt. Du hast geblinkt. Komm mal hier rein. Und noch mehr Materialien. Ach, gut schon. Oh, komm mal. Hier kann man sogar raufklettern. Guck mal, ob wir uns ein bisschen so die in Übersicht verpassen. So. Wird das so ein bisschen mit der Munition sparsam sein, dass ich die wirklich nur noch für... ...Blauder und Dings benutze. Rote. Zum Beispiel hier ist ein roter. There. Ne, du bist kein Rote. Ich gucke mal da vorne gucken. Aber hier kann er auch mit Auto finden. Ich glaube, ich hole mal unser Auto. So. Ich glaube, ich hole mal unser Auto. Aha, das ist der Beinfeger. So, zack, da wird das Bein abgehackt. Und dann... ...krabbelt das Ding. Okay, okay, okay. So, da ist noch ein roter. Shit, Alter. Uh. Nee. Du musst gar nicht in meine Richtung kommen. Diese Flexe von den Zombies sind doch ein bisschen unnormal. Hä? Hier gerade angehalten, der halt noch angehalten hat. Ach stimmt, ich glaube, ich wollte hier ein Bild von machen, ne? Von diesem schwebenden Würfel. Tipps anzeigen ist auch so, ist gut. Hier, von diesem schwebenden göttlichen Würfel. So. Zack. Ja, zack, zack. Gut, wir gehen weiter. Darum werden wir sicherlich Wasser Benzin finden. Ich hoffe es zumindest. Ja. Dann mal rein damit. Ich werde auch mal die... Chemikalien da reinstecken. Sollten wir jetzt nochmal Packsäcke finden, werde ich die gleich zerlegen. Für die Materialien, also für die Ersatzteile. Hi, Leute. Ja, das glaube ich. Ihr seid auch genug Leute, von daher. Ach, du Schade. Gut, das ist dein... Ach, nein. Oh, nein. Danke. Run or fight. Run or fight. Wolltest du nicht bitte... Der zappelt da hinten noch rum. Wenn ich wollte, dann würdest du bitte nicht die Pause los hier rumballern, wie die Bekloppte. Die Aufgaben ist hier so hoch. Vorgarten rechnen. Tom bitten, die Regenlinie zu reinigen. Ring kaufen. Ring kaufen. Ich kenne schon keine andere Handlung mehr, als wenn ich das sehe. So, warum mal die Horde hier platt machen? Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Komm, mach, bumm. Braav. Ja, Leute, ihr müsst schon zu mir kommen, da fahre ich nicht durch. Jetzt könntest du knicken. Niss. Lass uns bitte los. Danke. So, gut, die Rauchwolke verzieht sich. Ich fahre mal hier lang. So, wir gucken uns mal hier vorne ein bisschen um. So. Papp. Mal hier vorne ein bisschen gucken. Ach guck mal, wir haben sogar einen Materiallager haben wir ja hier. Na ne. Oh, dann können wir uns Benzin holen. Okay, wir sind sicher. Warum bin ich denn hier gelandet, dass wir hier unser Materiallager haben? Das erfüllt ja einen schon. Moment. Ach, wir sind in der Stadt gelandet. Guck mal, wir sind von hier aus in die Stadt gegangen. Alles klar. Gefällt mir. Fühlt gut. So. Wir sind wieder hier in der Stadt, die hier gebaut wird. Ich glaube, wir sind hier in der Stadt gelandet, die gebaut wird. Ah, so, okay. So. Dann gehen wir hier auch die gleiche Chemikalien nochmal da irgendwie hinpacken. Da oben. Ne, ich glaube nicht, dass da oben was sein wird. Lass uns mal weiterfahren. Guck mal da zum Beispiel, ist das noch interessant. So, lass uns mal hier kurz mal behalten. Dann gehen wir mal kurz da vorne rüber. So, wir haben mal die Chemikalien. Okay. So. Okay, das ist leider nichts für die Waffe, die wir jetzt haben. So. Haben wir noch Munitionen dafür? Ich glaube nicht mehr, ne? Nein. Wir haben allgemein aber auch nicht mehr für mich von uns vier Munitionen. So. Ja, gut. So, dann machen wir mal. Wir tanken unser Auto auf. So. Sehr gut. Der Platz ist schon ausgeräumt. Ja, aber hier ist ja auch noch was. Au. So. Hier können wir mal alles durchsuchen. Oh, Tutel mit Dünger. Perfekt. Gucken wir mal, was wir hier haben. Das sieht eher nur noch Essen und so aus, ne? Aber hier sind noch ein paar Materialien, vielleicht. Hm, 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 hm. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Aber das können wir auch gleich mal wieder reinpacken. Dann können wir den Dünger nämlich auch in unserem Garten anschließen. So. Kann jeder das schließt? Danke. So, zack, zack und zack. Dann können wir nämlich hier jetzt den Dünger anschließen. Ähm, hier ist ja ne Mod dran. Da braucht keiner dran. Diesen Rauschdings da haben wir leider auch nicht. Was ja für mir Gemütlichkeit und so sorgt. So, dann lass uns mal ins Auto schwingen. Auch besonders mit der Horde da vorne. Wir können ja nochmal hier rumfahren. Das ist ne gute Idee. Wir fangen einfach mal hier rum. Wir können ja nochmal hier so rum. Guck mal da, nein, ist auch schon ne. Hier zum Beispiel der große Platz. Volli, da waren wir schon. Ich seh das schwarze Symbol. So. Hier vorne waren wir auch schon. Also im Grunde waren wir hier überall schon. Okay, gut. Dann fangen wir mal weiter. Ah, ein Boomer. Oh, ein Schreiheils, der zittert. So, waren wir da unten schon? Das sieht nicht danach aus, oder? So, Auto repariert, weil das hat schon... Ich glaube hier, das mit diesem... Sie steht auf dem Auto, auf dem Auto. Ich hab keine Ahnung. Hi. Hi. Nö, hier war ich noch nicht und da auch noch nicht. Ach, Leute. Boah, Alter. Meine Güte. So. Hier ist sogar ein Auto. Und so suchen wir das mal. Ding, ist installiert und aktiviert. Wunderbar. Da, 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 da. Ach. Ne, ich glaube, ich brech die jetzt auf. Ja. So, ich brech die jetzt auf. Ganz einfach, weil... Ich will noch Platz lassen für andere Sachen, die wir vielleicht finden. Hier ist nichts. Da ist... Doch, da. Kleiner Kasten. Na, hier war der zweite Tür da vorne. Und da ist auch ein schickes Auto. Ach, Pfeile. Brauche ich nicht. So. Was haben wir denn hier drin? Eine... Ach, nein. Leider nichts drunter. Wie sieht es mit Benzin aus? Der sieht gut aus. Ach, man ist das immer so schade, dass man den nicht anklinken kann, mitnehmen kann. Ach. So, jetzt fahren wir einmal ganz nah. Ne, deswegen fahren wir jetzt auch einmal nach unten. Einmal nach unten fahren wir jetzt. Da. Hier mal. Alter. 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 Mann. 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 er sagt mich hier ist aber nichts verarschen kommt es darunter ist hier nix so dann fahren wir nach hause jetzt obwohl ich würde mir gerne mal in den häusern auch noch ein bisschen umgucken wenn ich ehrlich bin wir haben noch zwei plötzlich frei wo das denn schon wieder jetzt haben die schiete der der nicht zum blau oder zum aufgeblähten gehen müssen so dann parken wir hier und gehen durch die drei häuser mann oh ich glaube ich habe eine horde alarmiert glaube ich ich habe ich gehe hi so darf ich jetzt bitte plündern können wir machen aber ich will erst mal nicht müssen boah alter ne kannst du den auch töten also manchmal sind die begleiter echt nutzlos perfekt müssen wir jetzt schon wieder so stopp durchsuchen steht da gucken wir gleich mal wo die andere da ist ein bisschen materialien da in einem raum eine sache fehlt noch und bestimmt übersehe ich die wieder mal weil die zu klein ist aber es kann auch sein zu machen so essen essen wo ist unsere dame gut wo ist denn die hilfe die vom netzwerk ich will nicht zum solchen herz sie ist auch schon verletzt aber ich hatte gedacht vielleicht kann sie was droppen weißt du so ein ablegen so leute die anderen häuser sehen wir uns beim nächsten mal an ihr schmeißt ein daum auf das video denkt daran zu abonnieren und ja beim nächsten mal dass wir uns dann richtig schön noch aus hier in den häusern und dann geht es zurück nach hause und wir gucken mal was wir dann machen vielleicht noch ein bisschen mehr einfluss sammeln damit wir auch endlich mal bald mal unser das neue haus einnehmen können also bis dahin tschau tschau so Untertitelung des ZDF für funk, 2017